Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Display, ihr Lieben, und zwar von Neptunia Hyper Dimension Rebirth 1. Ja, das Spiel wurde mir von Kazuki, der liebem guten Kazuki, übergeben, sag ich mal und hat gemeint, ja, wenn es dir das Spiel gefällt, dann kannst du das auch mal gerne zeigen. Und einige von euch kennen Neptunia vielleicht besser als ich, weil es gibt auch halt sehr, sehr viele Teile, auch der neue Teil erscheint jetzt bald. Da ich mit den Spinnen nicht wirklich gut konfrontiert worden bin, hat es mir halt Kazuki geschenkt und gemeint, ich kann es einmal spielen und ich liebe es wirklich. Er spielt einfach diesen typischen Anime, schauen wir, es ist einfach verdammt knuffig, ich meine, guck doch mal in diese drei Gesichter. Von Nep Nep, Kompah und Eve einfach nur. Ist so süß. Und ja, also größtenteils werde ich in diesem Spiel nicht wirklich was von der Geschichte erzählen, weil... Es hat eine Sprachausgabe. Und ich denke mal, es ist alles sehr, sehr einfach, von denen ist nur einige Sachen, was ich mit kommentieren werden müssen, sollen und so weiter. Was soll's und los geht's. Game業界. In diesem Land gibt es vier Zivilisationen, die von einer sogenannten CPU regiert werden, und im Land of Black wird es von Lady Blackheart, wie ihr sie seht, regiert. Im Weißen Lande, Serenity, ist es den sogenannten Lobby, ist es die CPU Whiteheart. Im grünen Lande, Leanbox, ist es Greenheart, die gefällt mir ganz gut. Also, Junge! Und schließlich das lila Lande Pro-Class, auch bekannt als Platoon, ist es Purpleheart. Kleiner Spoiler, das sind wir! Das war's. E-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail Das ist das, was ich. Ich würde so schnell nie bei meiner Gehaktik anbieter und dann schnau! Ich bin der Assistent! Ich bin der Fall! Ah? Es ist der Fall! Das ist der Fall! Hahaha! Ich bin der Fall! Ich bin der Fall! Aber... So, wie viele Menschen sind diese Wunderschöne? Es ist immer noch ein Wunderschöne? Na, ich denke, dass ich ein Wunderschöne bin. Sicher, wenn ich mich ein Wunderschöne bin, dann wird es ein Wunderschöne werden, vielleicht nicht. Das ist doch ein Wunderschöne, nicht? Was? Was sind die Leute? Und wer ist das? Der Erste Teil der ersten Wunderschöne? Purple Heart. NEPTUNE ist das, was ich? Ja, so ist es. Wenn man sich das, bleibt, ist es schrecklich. NEPTUNE ist es... Ah, ich bin auch... 3人 und jemanden zu sprechen? Ahahaha! Das ist das, was ich? Das ist das, was ich? Was ist das? Was ist das? Was ist das? ... Das war's für heute. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 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 2017 Was ist das, was du? Was ist das, warum ich mich nicht in der anderen Seite in der Bedeutung habe? Ja, das war es heute Abend. Ich habe mich auf die Bedeutung gesehen, und ich habe mich ein bisschen verletzelt. Was ist das, was ich? Ich denke, dass ich mich nur für die Erlösung hatte. Wahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, dass es eine kleine Anfache in der Film von der Hälfte des Hälfte des Hälfte. Ich habe das Gefühl, dass es so gut ist. Aber ich habe das Hälfte nicht nur Hälfte des Hälfte des Hälfte. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so gut bin. Bis zum nächsten Mal. Also, you're still going to be able to introduce yourself. I'm Kompah! I'm Neptunum! Thank you, Kompah! Do you like it? Please, Neptunum! Neph...Nu...Neph...Neph...Neph...Neph...Neph...N... ... Es ist ein Schmerz. Ich kann es sehen. Oh, das ist wirklich. Ich habe einen Schmerz von 1-3-3-Full-Bocken gelegt, als ich mich auf dem Boden schaffst. Ich habe einen Schmerz. 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 Ja, ich habe einen Schmerz. Ich habe einen Schmerz. Ich werde das nicht ein Schmerzen. Ich werde einen Schmerz. Nein, ich werde meinen Schmerzen. Sie müssen dann einmal ein Schmerz, aber nicht so gut. Ich mache dich, dass du es nicht aus dem Schmerz. Ich habe einen Schmerz. Ich habe einen Schmerz. Ich habe mich nicht gesehen, aber... Ja, ich mache es! Cool, cool, cool! Hm? Hm? Ah, äh, Pomp? Ich werde es noch ein bisschen bemerken. Hehehe... Ich bin mir auf die Frage, was ich? Ich bin mir auf die Frage. Ah, das war's für mich. Ich bin mir im Meer, das war's für mich. Ich habe mich einfach zu machen, aber ich habe mich sehr viel zu tun. Das ist ein großartiges, neb neb. Ich habe mich nicht gesehen, dass ich mich nicht so gesehen habe. Das ist ein Problem. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ka-s-terra und K-s-terra-la-lobbenen, ich glaube es, meine superstitionen sind. Gut dann, ich will. O-co. M-N-A-N-A-N-N-A-N-I-E. 在用 das F-tasen der K-s-terra-la-la-t. Das ist eine Type-la-chweizer. Aber einen großen Hü-h-h-h-h-h-h-h. Das ist es nichts mehr, ich glaube nicht. Ich bin ein bisschen so ein bisschen von Kompas, die ich habe. Ich bin der Kompas, die ich in der Kompas, die ich habe. Das ist eigentlich mein Kompas. Was ist das? Ich bin der Kompas, wie ein Kompas hat. Ich bin sehr gut, Nepp Nepp. Ich bin der Kompas, die ich dir. Ich habe mich sehr gut, Kompon-Prin. Ich habe mich sehr gut gemacht, Kompon-Prin. Ich habe mich sehr gerne gemacht. Wie können wir das jetzt? Die Saison der Anstehung ist grundsätzlich zu dem Anstieg. Ich denke, dass ich mich in der Anstiegsituationen geheißen kann. Ich denke, ich denke, dass ich etwas verstanden habe. Das ist dann, dass ich mich anrufe! ich habe mich schon mal die oberwelt karte was uns dann zu einig ist noch später erwartet werden wir auch noch doch ich würde sagen wir fangen erst mal hier an und zwar in der schöne stadt und 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 es ist es 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 Ja, ne? Was ist das Land hier? Das ist ein Teil der vierten Welt. Das ist die Frau von Purple Heart. Was heißt das? Das ist das Name der NEPNEP. Was ist das Land hier? Was ist das für einen Ort, wo wir gehen? Es ist ein natürliches Land, das ist ein natürliches Land. Wir sind wirklich gut. Ich bin so schwer, dass ich mich nicht so schwer. Ah, das stimmt. Neph Neph? Was ist in der Kunde? Ich bin der Kunde. Ich bin der Kunde. Ich bin der Kunde. Ich bin der Kunde, der Kunde in der Schule gegangen ist, und ich bin der Kunde für seine Kunde. Ich habe das Geld gekauft. Aber was soll ich das? Um... ...Roman? Neb-Neb-Neb-Neb-Neb-Neb-Neb. Basis-Controls, TX, werden wir gerade mal eben. Also ich denke mal, wir werden das früher oder später im Spielverlauf dann rausfinden, was wir alles zu meinen Tränen haben. Und auch bereits den ersten Dany, los geht's! Oh, vielleicht ist es hier, wo ich in der Nettogami-Kennung von der Nettogami-Kennung ausgewandert habe? Das ist das, was ich hierher? Das ist das? Oh, ich habe immer noch ein Monster-Kennung! Monster? Oh, dass das Wasser-Kennung mit einem Hör-Kennung mit einem Hör-Kennung und Hör-Kennung? Ja, ich habe damals nicht. Ich möchte mich einfach sagen, aber ich werde mal sagen, Es gibt viele Monster in diesem Welt, oder? Ich hatte damals keine Monster in der Welt. Aber ich hatte einen Moment, und ich habe mich immer wieder gegründet. Also, wenn ich mich auf meine Monster-Daisen mache, dann gehen wir an! Neph Neph, was ich plötzlich? Wie war das denn? Ich weiß nicht, dass ich mich für diejenige Schmerzen bin. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzen kann. Ich fühle mich sehr gut, aber... kann ich es nicht? Nein, 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 nein! Ich glaube nicht, dass ich mich nicht verletzen kann. Ich habe ein bisschen Angst, aber... NEP-NEP-NEP gebe ich aber! Was ist das Pünktrückgang? Der Unterschied war der TŠś? Das Sieg der Mannschaft? Es ist Supermachbord im Übergang. Vorher kann man das keine bother zum Beispiel wegen der Welt hol zusammenziehen. Ich glaube, dass ich mich nicht beurteilen kann, aber ich kann mich nicht beurteilen. Wenn ich mich nicht beurteilen möchte, nepnep. So, wir müssen die Monster-San weiterentwickeln. Oder auch nicht. Nurl! Brauchen wir wirklich ein Battletutorial? Nein! Ooooooh! Die sind irgendwie süß, findet ihr nicht? Aber wir müssen sich da Platz machen, also... Ha? Muuuuruuuu! Das ist ein Battleto! Nein! Wirklich? 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 Wöre? Wofür? Oder ist das ganz, gerne? Ich weiß nicht, dass ich noch gar nicht verstehen kann, also... Hier sind viele Menschen da draußen, also da draußen sind. Das ist toll! Ja, das haben wir ja bereits verstanden! Los geht's! Wir haben ja auch schon mal ein Kuss! Wir haben ja auch schon mal ein Kuss! Da könnten wir eigentlich nicht Geld aber erst was tolles machen! Los geht's! Oh, oh, muss ich machen? Sorry! Au bei! Was ist das? Eine Pflanze? Eine aggressive Pflanze, eine sogenannte Tulpe! Ich würde gerne weiter zusammen angreifen, wenn das möglich wäre! Ja! BANG! Huhuh! Das ist meine Kraft! Wir können ja auch so ein bisschen rumlaufen und versuchen einen selten Gegner herzuklicken! Foto, wir leisten uns einfach und verkribbeln Monster! Was ist das denn? Ich würde sagen, wir verkribbeln noch Monster! Ja. Puckpuck. Puckpuck. Ich bin ein Fluder! Yay! Level Up! Was ist denn eine Pasta? Was ist das? Was bist du? Was ist denn so ein Ding, also ist er in sogenannten, wie heißt das Ding? Daguman, oh Gott Das Ding ist hier alläscherlich, sowas kann man nicht bekämpfen Aber hey Ich würde aber nichts gesagt haben Mein Erfahrungspunkt ist ein Erfahrungspunkt für Oto, das sollte sich nicht beschweren Was ist denn das niedliche Gesicht von Nepp, also ganz ehrlich Ist das, 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 ist das niedlichste überhaupt Ich habe auch so eine Blume, eine Blume Ich kann dieses Ding einfach nicht abnehmen Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich kann das Ding nicht ernst nehmen Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich kann das Ding nicht ernst nehmen Ich kann das Ding nicht ernst nehmen Ich denke mal, wir werden heute unter allerersten Folge von Metunia, würde ich sagen, machen wir den ersten Mal sind noch fertig Ja, wo das heute eigentlich über der Zeit steht Das macht aber nichts, weil Das Spiel ist niedlich Also Ich werde auch ein paar Sachen überspringen Die Dialog genießen, wenn wir das Ende eines Kampfes kommen So dass wir das Ganze etwas schneller abarbeiten können Ja natürlich Ich werde das Ganze ändern Ich werde auch ein paar Sachen anspringen Dann bin ich das Und sie werden Ich werde das Und die Oh, dass du das Jetzt Jetzt 包括 Das Und das 1988 Ich werde das Corona Und Ich werde das Oh, da geht es in der Ist das noch ein Obotor? Ich bin ein Obotor Boxer X Hallo Boxer X, schussi Boxer X Yay Level Up ist ja wichtig Ihr kennt das ja von jedem an Anderen Appetit Man muss ja Lappen um stärker zu daten, ne? Nein, so machen wir das auch Kumpa, würdest du noch den anderen Gegnern mitnehmen, bitte? Ah, gut, dann geht es gut Jetzt mal ganz ehrlich, wo ihr schon wieder hinguckt Oh 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 Nein, ich möchte alle drei angreifen Oder auch nicht Wirklich auch, denke ich Wenn wir das Ganze noch geschickt machen Können wir wirklich alle drei angreifen Ha So Diese Boxer X Seele können wir später noch gebrauchen Die sollten wir erstmal sammeln, denke ich Ich würde zu können mit Level Up ist Level 5 machen und erst dann Den Boss angreifen, weil sicher ist sicher Los, gespawnt Blöd Monster Brav 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 Monster X Ja Schreiben wir doch noch was wir alles haben Hm Ich glaube nicht Ausrüstungsgegenstände bekommen Irgendwie Nein Vielleicht können wir ja alles schade Oha Ups Schaut sie euch mal an die Kleine Schaut sie euch mal an die Kleine Das ist doch nidlich, oder? Ah, diese Spritze Ups Diese Spritze macht mir Angst Wie groß sie ist Wie groß die ist Huuuuh Und dann welche Ungang gebiegst werden hier Jetzt diesen Speicherpunkt Wir brauchen die jetzt aber noch Weil ich sicher bin, dass wir nicht sterben haben Ja, ich bin mir ziemlich sicher wie das nicht sterben Bäm Das ist doch So Leute, ich würde sagen Und nach... 100... 100... Neee... Hätte hier auch vielleicht... 4 schon eine Chance gegen uns zu scheißen... Aber... Wir haben genügend Teilgegenstände eingesteckt... Und wir haben hier noch einen kleinen Kassenärmel... Okay... Was ich euch auch gleich beim Boss... Ach, wisst ihr was? Wiss ich gar... Wir machen einfach jetzt ein bisschen... 4... Das heißt noch... Ein... Ein-Gegnung? Ist ja ungefähr... Ja, noch... Mehr macht die beiden... x-boxen mit... Die beiden x-boxen nehmen wir noch mit... Dann sollten die Level 4 noch etwas sein... Dann... Oh, wie droppet ich hier? Das ist ein Skelett und kein Roboter! Interessant! Interessant! Die Monster machen hier irgendwie Angst, Bitch! Ah, nein, 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 oh! Oh, Gott! Und ich sag noch großsprünger, wie wir anwicht haben! Join! Jump! 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 Ups! Ach, mir ehrlich, das war knapp, ja? Ja! Los, Kumpa, los, nepp, macht's alle platt! Yay! Ja, das ist die Zeit! Ja, das ist die Kraft! Level Up! Wer hört das? Level Up! Löffel ab, ihr lieben! Die Schwerte aber trotzdem speichern! So, und jetzt bereiten wir uns auf den Bosskampf vor! Ja, das ist das Haus! Ich bin der Dünnig! Hier ist Nepp Nepp Nepp. Hier hat es drin! Ich bin der Dünnig! Ich bin der Dünnig! Nepp Nepp, hast du so etwas erwacht? Na, Nepp nepp? Nepp? Nepp! Nepp! Oh, mein Gott! Ich kann nichts mehr daran denken! Ja, das ist. Neph-Neph hat sich in der Nacht aus dem Wind 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 aus dem Wind. Das ist wirklich ein Wind! Ich bin der Nacht, was ich? Ja, das ist! Was ist das? Was ist das? Ich habe mich plötzlich ausgedrückt. Ich weiß nicht, dass die Neb-Neb-Neb-Ausstehung von Neb-Neb-Neb-Ausstehung aufbauen. Neb-Neb-Neb, gibt es keine Ahnung? Ich weiß nicht, dass ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, dass ich keine Ahnung. Ist das wirklich? Und was ist das? Ja, natürlich. Natürlich. Das ist meine Erinnerung! Was ist das? Neb-Neb-Neb? Ich weiß nicht, dass ich keine Ahnung. Was ist das? Ich weiß nicht, dass die Ahnung von Neb-Neb-Neb-Ausstehung des Böke aufbauen. Ich weiß nicht, dass ich keine Ahnung von Neb-Neb-Ausstehung des Böke aufbauen. Was ist das? Oh, was soll ich... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Neb-Neb-Ausstehung des Böke aufbauen. Das war's für mich. Oh, am liebsten würde ich mich jetzt ganz fest knuddeln, Compa, echt. Was? Hey, Compa, wie war das hier, aber was das? Was ist das? Ich habe nicht gesehen. Ich habe es geschafft! Das ist ein R.P.G. mit dem R.P.G.-A-K-Tem! Wenn ich die Verkaufel habe, dann kann ich ein bisschen was? Nippo! Nippo! Na... ... na nie, wie im so nischte Nippo! Nippu, Nippu! Asoco, da ist ein großer Monster. Niaaaaaaaaaa! T... ...助けて欲しいです! Haaaaaaaaa! I'll get to theгли! I'll be captured only without you! Ich habe so viel gemacht, das zu tun, was ich nicht getan habe. Ich werde nicht sehen lassen, dann alleine nicht zu sehen. Bein ich bin, ich bin für Fanservice zu sein. Ich habe mich gar nicht zu tun. ja ja warte a ja neptune san no kong ja 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 Ah! Ich weiß es nicht, wie ist das? Was soll ich heute? 등? Entschuldigung, ich wollte mich nicht itch tun, aber... ooh... Ich habe mir so viel von parkern, was ich ... Möte ist Herr Schwester, Ich weiß es nicht, dass ich es aventure... Ich habe gemerkt, dass du das Leben bist, dass du mit dem Himmel vorst! Ich habe gesagt, dass du mit dem Bundeskollern gekostet ist! Ja! Ich weiß, dass ich記憶喪失 bin, so ich kann es Ihnen erklären. Ich dachte, dass ich in meinen Augen habe, aber ich dachte, dass Nepthune die記憶喪失 ist, was ich? Ich glaube, das ist das Problem. Aber wenn ich das女神化 habe, kann man helfen, kann man helfen. Das ist aber, ob ich die記憶喪失 der Nepthune habe, kann man eine女神化 sein? Ich bin bereit, dass ich mich nicht so richtig verletzige! Ich bin nicht verletzend! Ich bin nicht so richtig, was ich mein Mann! Ich bin mein Mann, was ich? Ich bin bereit, ich bin bereit, ich will meinen Freund, KONPAP-A. Ich bin bereit, dass ich mich nicht so richtig verletze, dass ich meine Kraft habe, NEPTUNE-SAN. Ich bin bereit, dass ich mich nicht so richtig verletze. Ich kann es nicht mehr so machen, aber ich kann es nicht mehr so machen. Neptune, du hast du力. Es ist so schön! Ich kann es nicht mehr so machen. Der sieht aus, der Sieg der Reptune ist. Ich habe das Gnep-Nep-Nep-Nep-Nep-Nep-Nep-Nep-Nep-Nep. Das ist super! Super? Ich bin davon. Ich bin von der Körper, die sich in der Körper enthärt. Ich kann nicht verdienen. Ich bin halt, Kompon, ich werde jetzt helfen. Jetzt bin ich gewohnt. das ist eine spinne ich mag keine spinne aber ist egal wir müssen das ding jetzt einfach zu nehmen wir krass kombination die kombination die kühle die sie es ist immer noch ein einer das kommt dass du kommissionen die kühle die die Das war's für heute. ... 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 Ich habe mich so großartig, dass ich mich so großartig verletzeuge habe. Ah! Ich bin so schwer! Ich bin so schwer, Neptune-san. Kompas, hast du keine Probleme? Ja! Ich habe keine Probleme wegen des Nepp-Neppes. Ah, ne? Nepp-Nepp? Wer ist derjenige? Der Mann ist der Mann? Ah, diese Mann? Das ist das Wichtigste, der Isten... Ist... Ist-Warl? Ja, ja, ist Ist-Warl! Ist-Warl? 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 Ist-Warl... Ist-Warl? Ist-Warl? Ist-Warl!? Ist-Warl Reaper? Fh-amps... Es ist eine kleine Schmerz. Ich bin endlich gekommen. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich habe das hier in der Kugel-Kamera gemacht. Das ist ein Kabel. Kage no kakera. Kage no kakera. Eason-san? Kage no kakera? Por favor. Kage no kakera. Kage no kakera. Ja. Ich bin mir nicht verstanden, was ich? Dann kann es an sich jef, wenn ich in der Feuer, in der Wind, in der Land, in der Wind und in der Wind、 in der Wind! Ich bin auch auch ein Geheimnis-Funderspieler. Ich mache auch ein Geheimnis-Funderspieler. Ich kann ein Geheimnis-Funderspieler nicht nur aus dem Schlechner-Funderspieler. Danke, Kompas! Aber ... ist das Geheimnis-Funderspieler? 学校ならモンスターさんのせいで休校中なので大丈夫です ありがとうございますお二人とも あれあれイースンの声がまた聞き取りづらくなってきたよ 鍵の欠片が持つエネルギーを媒体に話しかけていたのですが どうやら時間のようです 大変申し訳ありませんが鍵の欠片をよろしくお願いします 聞こえなくなっちゃった Ich glaube, ist es gut, oder? Aber ich habe einen Schwerpunkt für die Erinnerung gefunden. Ich bin bereit, und ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin hierher von Karten, um zu kaufen. Aber wie soll ich mit dir gehen? Ich denke, ich möchte mal ein Essen für dich. Oh, ich bin! Wenn man sich das essen kann, wird man hierher zu gehen. Ich bin hierher zu sehen. Ich bin hierher von Karten. Ich bin hierher von Karten. Die Plane-Tune sind in den vier anderen Ländern der Welt die größte entwickelten. Also gibt es so einen Pflügel. Das ist nur Nepp-Nepp. Hey, hast du gehört, was du mit dem洞窟 gesehen hast? Das ist schon ein洞窟. Ich glaube, dass es so viele Menschen gibt, dass es so einen洞窟 gibt. Ich glaube, es ist das nur das. Es gibt viele Menschen, die in dem Hintergrund haben. Es gibt einen洞窟 in den Medien, dass es ein洞窟 ist, dass es so einen洞窟 ist. Ich glaube, das ist das eine große Herausforderung. Aber ich glaube, dass es nicht so viele Menschen gibt, Es gibt keine Gilder, aber es gibt keine Gilder. In anderen Ländern sind die Frau, die sich in den Krieg und die Möster befinden. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w? Ja, ich bin. Ich bin für mich wie ich, Frannetune. Dann, wir gehen jetzt auf die Karten und gehen an den Gilder. Ich bin so gut, was ich? Ich war schon immer mit mir, aber ich werde mit mir mit mir beinw-w-w-w-w-w-w-w-w. Ich bin so gut, dass ich mit mir mit mir verleihenbeinw-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. ok das war es dann wohl mit der allerersten folge von neptun hyperdimension wie beruf ich würde mich freuen das heißt dass ich freue mich schon auf nächsten part mit euch und dann sehen wir uns im nächsten part bis dahin macht's gut und ciao